Hallo meine Freunde, Herr Dunkelheit! Eine neue Episode von Warpice Pile Boys 2 und diesmal M-Lock von Loki! M4-Level ist hier die 40! Ach du Scheiße! Dann gucken wir mal, was sich so ergibt. Feuer, Barry Shop. Da haben wir doch bestimmt etwas. Steckbrief zum Beispiel. Dann diese Geschichten hier. Und das mit Karten, das lasse ich sein. Zweigesetzen! Hier haben wir empfohlene Charaktere Zorro und Jinbei. Ah, interessant. Also, Vorteil bei Jinbei, ich muss keinen Levelaufstieg machen. Aber bei Zorro? Ich habe schon Bock auf Zorro, das ist das Problem. Ich nehme auch Zorro. Ich habe gerade übelst Bock, mit ihm zu spielen. Barry Wachstum auf 40 hochstecken. Zack! Artage! Halt! Ich hoffe, ich habe jetzt seinen, äh, Outfit da genommen. Ach, wenn nicht, dann Pech. Wenn ich meine Pflichten noch erfüllen kann, dann habe ich keine Schwierigkeiten damit, für euch zu arbeiten. Aber ich habe immer noch nicht genug Informationen, ob ich sollte oder nicht. Lass mich zunächst eure Fähigkeiten ermitteln. Okay. Okay. Tu das, wenn du auf die Schnauze kriegen willst. Sessige Luki. Erste Armeis im euer obere Territorium. Kampfvorbereitung. Münze. Da ist nämlich ein Slot frei geworden. Aha. Okay. Kampf beginnen! Ich habe alles gesehen, was ich sehen wollte. Grundlagen des Angriffs, jetzt kraftvoller Angriff für einen. Nein! Auf die Idee wäre ich ja nie gekommen. Ah gut, wir haben den Skin. Oha, der Typ sieht mies aus! Okay. Kein Schatz drin? Ah gut. Da haben wir ja einen. Hey, Ecki! Déjà vu! Oh, der hätte ja jetzt hier ein bisschen mehr aus, als in den vergangenen Episoden. Das ist doch schon mal schön. So. Hat ihm aber auch nicht geholfen. Wo ist er? Wo ist er? Äh! Okay, es ist halt mal für eine Special. Und zwar kreuzende Sixfade! Blöder Style Action. Na gut, fegefeuert im Unschnitt. So einfach kann es gehen. Gut, auf zum nächsten Gebiet. Ich wusste, ich habe da eine Münze gesehen. So. Naja. Okay. Jaboua ist gerade unterwegs. Nein, soll er sein. Ich nutze die Zeit und übernehme dieses Fade hier. Okay. Könnten sich mal die Leute ein bisschen mehr in der Mitte versammeln? Dann könnte ich mehrere mit einem Schlag eliminieren. So ist das echt gerade ein bisschen, naja, bescheuert. Vielleicht hätte ich diese Gorilla-Kommandanten vorhin nicht ignorieren sollen, weil es sieht gerade sehr verdächtig danach aus, dass sie das eine Gebiet von mir erobern. Und dann. Upsala. Da wollte ich E1 drücken und habe es gekonnt mit Kreis gedrückt. Genial. Naja, was soll's? Oh Gott, Sanji ist eine Schwierigkeit Nicht gut Ich bin gleich da Schnell das Gebiet beobachten Dieses Gebiet hier regt mich gerade extremst auf Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen So, Anführer Nächster So, jetzt helfe ich Sanji Oh ja, die Truhe Alter, wow, wow Was geht denn hier gerade ab? Hier ein bisschen aufräumen, Alter Äh Warte Da war ich doch gerade So Jetzt auf zu 1, Sanji, okay? Gut, braver Junge Jetzt zu dir, jawohl Ey, meh Alter, bleibst du mal stehen? Hat er erstmal ne Faust gekriegt Geil Das ist ein Ender Fegefeuer Dem Unschnitt Geht doch Die R2-Technik hat ihn besiegt Dann laufen wir jetzt in diesen zwei Gebieten Die ich Als Pflichtmission erobern muss Wir haben ja auch schon genug Zeit verplempert Das ist ein Ender Das ist ein Ender Das ist ein Ender Ich glaube, ich sollte unter meinen Ausrüstungen Äh Sag schon Ähm Gebiete werden schnell erobert mitnehmen Aus irgendeinem Grund kotzt mich das hier gerade mehr als nur übels an Das dauert von lange Ach, raus aus der Arena Danke Fluchtversuch? Robin? Okay, ich helfe dir gleich Das Gebiet ist ja so gut wie geschafft Gut, Robin, ich komme Okay, bevor ich Robin helfen kann Kommt noch Der Auftritt von Luki Bödes Arschloch Du hast doch keine Probleme Im Gegenteil Du hast dich sogar alleine besiegt So gut wie Toll, den ganzen Weg umsonst Dafür öffne ich jetzt die Truhe Naja, Angriff Plus Naja Wenigstens eine SP-Anzeige mehr Ich habe eigentlich Wegen eines saftigen Steaks erhofft Aber nein Hallo Bruno Habe gehört Du wirst auch Small kriegen Das soll's doch haben Autsch Autsch So, ganz schnell das Gebiet auch noch erobern Moment, ich habe gerade von außerhalb angegriffen Moment, ich habe gerade von außerhalb angegriffen Nicht gut Ja, Luki aufs Maul hauen Autsch Robin, schon wieder in Schwierigkeiten Keine Sorgen Ich werde dich retten, indem ich die Mission beende Auf diese Art kann man eine Technik auch ausweichen Oh Drei Leute mit Style Action hier Na, zwei Jetzt nur noch einer Wo willst du ihn hin? Ausruhen gibt's nicht Mietekatze Zack Und gewonnen Hey Erlittener Schaden Das war doch ein bisschen heftig Na gut Abschlussbonusfähigkeitsnotiz erhalten Interessant Ich werde noch stärker werden Ja Das Lehn ich nicht ab In der Tat Ihr seid wirklich stark Mit euch kann man etwas anfangen Im Austausch leihe ich euch meine Stärke Ja Sagen, Stärke ist in der Tat gut So Smoker Level 8 Das gefällt mir Nur noch zwei Levels Dann haben wir auch ihn Auf Max Eine neue Zwei neue Münzen Herrlich Okay Kann jetzt als Freund mitgenommen werden Neue Gegenstände Und das war's noch schon Vielen Dank für's zu gucken Und wir sehen uns bei der nächsten Episode wieder Bis der Ritz ist